Es ist eine besondere Freude, Sie heute am Swiss Expo Tag 2024 willkommen heißen zu werden. Ganz herzlich willkommen, Sirio Napoli. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag. Wir haben eine schöne Kooperationsmöglichkeit. In welcher Form, aber man kann hier den vierten. Es sind rund 30 Aufzüge auf 1'000 Einwohnern in der Welt. Ich wünsche Ihnen eine Akzeptation. Ich wünsche Ihnen eine Akzeptation. Ich wünsche Ihnen eine Akzeptation. Wir haben den Shopping Mall versteckt. Wir haben den Shopping Mall versteckt. Wir haben die Akzeptation, pointedieren und installieren. Wir legen auf so eine Praxis, in der angeben. Er verschränkt. Wir haben eine technologieorientierte Produktion in unserem Land. Ohne. Das tut und haben wir gesagt. Wir haben ihn mal mit einem Jahr gesagt. Vielen Dank, ich möchte dich auf.